moin oder wir kommen zurück zu einer neuen titan haften folge daxel 2 scholar of the first sin wir machen weiter so schon so und rein rein in die gute stube aha oi rein rein oh, nix auf dort aus dem weg hast du nicht sehr schwer aus mehr nicht nur nicht hierher geht es Zischlapp! Hoihoihoihoi! Willkommen! Ein Schild! Geil, endlich! Schild macht mein Leben gleich häppiger. Auch wenn das Spiel ziemlich nach Dungeons & Dragons Grafik irgendwie aussieht, muss ich zugeben, dass das 2 ganz eigentlich ziemlich gut aussieht, als für so ein altes Spiel. Gucken, konnte ich mich hier rausschicken? Ich weiß es nicht. Naja, ich kann ja sowas machen, wenn ich einen freien Flächenbild... Da vorne geht mir ein bisschen auf den Wecker. Und da kommt gleich noch einer. Boah! Schmeiß mich jemanden ab? Guck mal, ich glaube es hat... Sag mal! Ich muss mich nicht gleich anzugreifen. Raustchild? Oh, was? Faustchild? Alter! Gegenstein kam mit aktuellen Antributen! Na gut! Guten Antribute! Schnell hoch! Den da hinten killen! Zauber Arone! Ne, Zauber Urne! Ne, Zauber Urne! Antribut! Warte mal, Arcan war ja Magie! Warte mal! Ich muss kurz gucken! Gab es ja auch Arcan Energie oder Geschick? Ah, ein P! Was ist das denn? Geschick weiß ich ja! Stärke ist 11! Das glaube ich reicht sogar fürs Zauber! Alter, Zauber ist diesmal! Kondition des Ausdauern Vita... Vitalität ist, glaube ich, gesundheit gewesen! Soweit ich ja noch weiß! Hm! Ah, das war jetzt! Digga! Bei dem kann ich echt nichts kaufen! Äh, verkaufen! Naja, haben seine eigentlich Vitalität irgendwas gutes? Oder sind die auch nicht so bloß schieß mich tot? Weil er hat ne Rüstung hier, aber die ist deutlich! Hier sieht man bemerkt zwar deutlich, dass die Waffe... Was? Öffnet die Schmiede zu Link, Ratzladen! 1000! HöCK soprat. 20. März! 20. Kraterpunchu! Tan回 sing- Tangier! Tan Ausdämen! 100. Eeeh, Ich mach den Monster-Energy hier auf. Das gibt's bis jetzt in jedem Video. Ich weiß nicht warum. Aber ich mach wirklich zur Zeit in jedem Video. Sieht man mich nur noch mit so'n Energy rumlaufen. Ich bin hier im Video. Wir haben das auch mit Ihr Geld. Ich habe es ein Kind, aber das ist ein Kind. Oh, oh, okay. Oh, okay. Tarnietscherbe! Na gut, na gut, na gut, dann wollen wir jetzt mal weitermachen. Großer Geistbaumschild, was zum Fick ist. Schild des blauen Geistbaums, wie er im Gleichen... ...wär's Queller. Ich brauch den Schlüssel. Ich brauch den Schlüssel. Ich brauch den Schlüssel. immer diese sehen von einem verlorenen und toten von nach unten will ich aber erstmal nicht weil ein paar gründe hier war kein gegner erschlossen also Das war's für heute. dann macht er einfach zu im moment wenn man keine ausdauer mehr hatte dass man echt hart am sweaten alter dark souls 2 wer hättest oder jemand gegen zwei oder gut ist als das aroma schlägt wer kennt das nicht gut für die seele ja 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 das hat gesessen gesessen entspann ich doch mal gegensteigen kann mit aktuellen nicht effektiv genutzt werden noch mann warum ist diese tür geschlossen nebensteigen und heimatknochen und da kommt noch inno Ich bin froh, dass er mich ignoriert. Gott, er kommt angelaufen. Mann! Renn! Nimm die Beine in die Hand! Ah! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich will dich! Verpiss dich! Guten Tag! Das hier Verleiht, Waffe, rechte Hand, vorübergehend Magie! Uh! Einmal Knochen, Rückkehr zum letzten Reha-Menschenbild. Ich bin bis jetzt zwar null mal gestorben, aber ich muss trotzdem aufpassen. Dafür, dass es nur der zweite Teil von Dark Souls ist, heißt es nicht, dass die Gegner gleich nicht ohne sind. ... 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 Hallo, da war kein... Hä? Ich kann einen Rufsebull... Ok, wir holen ihn mal. Ich will mal wissen, wie krass der ist. Wir haben es ja letztes mal alleine gemacht, jetzt will ich mal gucken, wie starb die... Alter, was ist der denn? Guckt euch den da an! Dinger, der sieht krass aus. Let's fetz! Der verrückt ein Stück weit weg. Die Schieffel sind hier. Der verrückt sich von mir aus, und kass. Die Neue, die Neue, die Banzigai. Der verrückt sich mit der Erweiler Geist auf. Ich persönlich wollte Dinger die Neue und die Neue. er kann laufen der letzte riese noch wie wir wissen die kaste aber war doch keine gute idee das ist doch kacke das ist doch nicht auch gott ich habe keine aua in einer rein aua mann sie weg Ich habe doch gesagt, die Gegner sind nicht gerade ohne. Juhu, ich habe ihn. Ihr habt gesiegt. Einfach fast 10.000 Ruhen, warum nicht? Ja, ich habe ihn nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann doch auch hier lang. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, ja. Zuerst muss er, keine Ahnung, vielleicht setzen wir uns erstmal hin, steh ich nochmal auf, dann müsste er eigentlich in seiner Schmiede jetzt chillen. Also, für die brauche ich Stärke, die könnte ich tatsächlich tragen, für die brauche ich hier Dings, diese Hand, Stärke, geschickt war das, glaube ich, Stärke. Der will mich doch verarschen. Kann ich bei ihm noch haben? Bei wem kann ich denn verkaufen, sag mal. Bei wem kann ich denn verkaufen? Oder was weiß ich, aber ich glaube, wir beenden erstmal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, DAX und 2 geht in die nächste Runde tatsächlich in der nächsten Folge erst. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.